Flugabenteuer, Teil 2 Ja, wir sind da jetzt, eine Reise in das neue Spiel. Das ist ein Spiel. Da kommt jetzt der Zug, der neue Espres. Ich gehe mal rein. Ich gehe mal aufs Kno. Nein, ich gehe nicht aufs Kno. Ich habe genug. Und der Zug fährt das neue Spiel. Das schmarrt. Jetzt fährt er. Spon, Spon. Lustig. Das ist die Station. Der Hauptbahnhof. Das steige ich nicht auf. Wir steigen am neuen Bahnhof. Das ist der Schluss. Noch eine Station. Und dann schaffe ich den. Jetzt Vorsicht, die Tür. Los geht's. Nächste Station, das neue Spiel. Bitte, bitte alle aufsteigen. Dieser Zug endet jetzt. Wir sind da. Der neue, der neue Einkauf. Ich will das neue Spiel entdecken. Oh, dieses. Ach. Schaffe ich nicht. Jetzt. Wow, so viele Spielzeuge. Wo ist Paris? Ja. Diese Paris. Kost. 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 49,99 Euro. Ab 12 Jahren. Ich bin 12 Jahre. Paris. Da seht ihr das Paris. Und dann gehen wir jetzt weg. Wir wünschen viel Glück. Und alles gut wird. Das neue Spiel. Baumkuhl. Bitte abschicken das Dach. Und auch Baumkuhl. Der erste Advent. Am Sonntag. Bitte nicht verpassen. Los geht's. Der Baumkuhl. Nikolaus. Aber ist Sonntag. Aber wir schicken am Freitag. Immer kommt Freitag. Und dann schicken. Und dann machen wir am Freitag der 4. Dezember. Viel Glück. Dünn.